Guten Morgen liebe Rantastiker. So, mein Morgenlauf ist jetzt gleich schon wieder beendet. Ich bin jetzt hier auf dem 22. Kilometer und heute ist es nicht ganz so heiß. Dafür muss ich sagen, aber durch den Temperatursturz finde ich es für den Kreislauf wieder extrem viel Arbeit. Naja, okay. Was dahingestellt ist bei jedem anders. So, mein Appell an euch. Wir müssen ja im Kilometerspiel, wer da mitmacht, ihr wisst ja, die Rüben haben uns leicht überholt. Wir müssen da dranbleiben. Besser noch, wir müssen die überholen. Und wenn möglich, innerhalb dieses Wochenendes, so richtig, beinhart, einfach dran vorbeiziehen. Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir das schaffen können. Also, lauft nicht schneller, lauft weiter. Ich zähle auf euch. Bis dann. Schönen Tag euch. Ciao.